einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu neuen angezockt wird gerade gesehen habt never song wollen wir jetzt anzocken wir spielen 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 absetzen ich schwitze hier wie ein schwein wie viel grad haben wir heute angeblich wohl 29 grad das wurde mir auch wieder zur verfügung gestellt um davon angezockt zu machen beziehungsweise um mit euch zu zeigen und die bilder die ich dazu gesehen habe die sind sehr düster aus und dachte ich das kommt gleich ganz gut once upon a time there was a boy an orphan without a single toy his name was pete his world was gray until he found a friend one day it was no normal friend he'd found she was but the prettiest girl in town from that day on the summer bore adventures every single morn her name was ren so young and gay she even had a small piano she play from sharps and flats to middle c she taught pete to play and read but on one fateful evening they when looking for some place to play pete and ren stumbled through a door onto an abandoned asylum floor and from the shadows a face of white snatched poor ren out of sight pete was not like ren at all he was timid scared and small and this was his last farewell fall for pete into a coma fell ok ok x ist springen kreis nichts 4 knicks 3 knicks die u geht falsch rum ok 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 Ja. Oh, come on. Was ist das? Wie gesagt, habe ich auch keine Ahnung, wie sie weitergeht. Ah, Smile! Alles klar, dann weiß ich. Alles klar, Smile! Ich glaube immer von diesem komischen Buckel, was ist hier, seht ihr das? ... ... ... ... Scheiße, das ist ja... So, das muss ich... Da muss ich doch irgendwo einen Fehler gemacht haben... So, jetzt haben wir es... Da müssen wir uns beeilen... Nächste ist doch... M... Oh, das sind irgendwelche... Viecher schon an den... Fenstern... I... 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 L... I... I... L... I... I... Bist du denn für einer? Hi! Hi! Hast du noch die Schuhe an? Ja! Super! Passen sie dir? Ja! Ok! Müssen wir dir auch welche kaufen? Ja! Willst du Tonschuhe? Porträt... Papa! Ich... Ich... Papa! Papa! Ja, da oben ist Papa, ja! Siehst du auf dem anderen Bildschirm Papi? Ja, die Kleine ist gerade runtergekommen... Man sieht mich auch nicht richtig... Bisschen abgehakt... Kamera muss ich immer ein bisschen justieren noch... So... Papa macht nur ein nötiges Spiel, ok? Dann gehen wir raus... Hier... Ist ganz warm draußen... Papa... Papa... Ja, da oben ist Papa drin... Oh... Oh... Ja... Jetzt haben wir das... Oh... Ah... Jetzt komm ich auch weiter... Komm mal... Komm mal... Komm mal... Komm mal... Komm mal... Na... Na... Zehn... Nach... Neu ein halb Minuten habe ich gerade mal... Das hinten drüber geschafft, auch nicht schlecht... Aber das ist cool gemacht... Also... Das ist mal was anderes... Jetzt sind wir beim Klavier. Achtet, da haben sie doch am Anfang gesagt. Oh, was soll ich hier machen? A, B, C, D, E, F, G, C. C hat, nee, Quatsch, C. Papa. 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 Ja. Gut. Dann werden wir mal gucken, was wir hier... Wir speichern auf jeden Fall. Knackpo Kumpel 1952. Best Friends 1952. Best Friends 1952. Irgendwas wird uns sagen. Ach, jetzt sind wir ganz woanders. Wir brauchen mal einen Schirm für. Ich habe keinen Schirm. Ich bekomme noch einen Schirm. Hoffentlich. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nee, bin ich doch nicht. Au. Au. Doch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, hier muss ich ja später hin. Und schon wieder Ladezeit. Also mit der Ladezeit, das könnten wir auf jeden Fall verbessern. Weil so eine Hammergrafik hat es jetzt auch nicht, dass man hier, nur wenn man hier die Sequenz wechselt, dass man hier ständig irgendwelche Ladezeiten hat. Also, das auch nicht. Wollen wir mal hier сделали. Ich gebe 친구�ler. Wollen wir mal hier wie das? Los geht's. Wollen wir nicht kurz. Wir sind ja jetzt hier unten. Ich habe keinen Bock, dass ich da schon wieder irgendwelche Ladezeiten habe. Ach, so. Da sind wir da schon wieder. Also das Haus ist halt das... Okay. Gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Also wir müssen jetzt weiterkommen und gucken, wie war hier... Die sind aber alle irgendwie nicht so gesund äußern. Ja, komm, tschüss. Habe ich noch nichts? Habe ich logischerweise auch nichts? Oh, was haben wir denn hier? Das muss ich mir aufschreiben. So, C, G, C, G, B und der Rest ist verschlossen. Okay. Was ist los, mein Schatzi? Ja, ich mach hier mal schnell. So, wir machen uns jetzt nochmal zurück. Wieso sehen die hier alle nicht aus irgendwie? So ein bisschen düster alles gemacht und und... So, C, G, C, G, B. So, C, G, C, G, B. So, C, G, B, 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 B also wir kriegen auf jeden fall noch einen regenschirm um weiter zu kommen wieder eine ladezeit also prinzip also das reine spielprinzip finde ich ja nicht mal so schlecht also ist ganz cool gemacht ich muss jetzt mal das löschen was ich hier geschrieben habe jetzt habe ich schon ein teil es ist Das ist einfach das eigene Gesetz. Ja. Okay. Okay. Nein, erstmal erstmal den Bursch. Erstmal erstmal den Bursch. Hey Puker, isn't it? I have you too. Dann gehen wir nochmal schnell zurück zu dem. Okay. Okay. Parkour! Wait, if we were only for now that what's your bread is for Parkour. Wait, if we were only friends because Ren now that she's not around I what's your favorite color? Like blue. Parkour. Wait a second. Now that she's not what's your favorite color? Like yellow is parkour parkour parkour. Parkour. Wait a second. I just realized something. We were only friends because Ren was around. Now that she's not around what's your favorite color? Like blue is depressing. Parkour 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 parkour. Okay. Okay. Parkour parkour parkour. Parkour 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 parkour. so wir sind jetzt bei 20 minuten dann würde ich sagen dann reichte doch erstmal wir wollen ja nur anzocken das prinzip finde ich gar nicht mal so schlecht aber es hat richtig schön düster gemacht also obwohl das jetzt ziemlich hell war wo wir draußen waren immer noch so wenn man sich die leute anguckt mit diesen augen und so das sieht alles so ein bisschen aus aber so an sich ja nicht immer so schlecht gemacht so dann würde ich mich jetzt hier verabschieden wir wollen raus an der frischen luft gehen ich wünsche euch was den kopf hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat däumchen werden träumchen ich ladet in vier koan hoch hat kein hdr ich werde es nicht rendern oder so dass ihr so nah wie möglich an dem ergebnis seid wie ich das hier vor mir sehe wir sehen uns im nächsten video streamen oder so guckt doch mal bei twitch vorbei odin unterstecher hause ich bin dann mal weg bis zum nächsten mal haut da rein ahoi sagt euer odin